Hi und herzlich Willkommen zu meinem Mittwochs Video. Oder vielleicht auch Freitag. Kommt drauf an, wann ich... Nein, es ist heute Mittwoch, damit ich euch dann das Video darauf folge. Ich habe gerade überlegt, wann ich das mit dem Reinigungs-Dings zeige. Heute ist bei mir Samstag und wir sind jetzt tatsächlich an einem Punkt angekommen, wo ihr das Video, wenn ihr das seht, ist es drei Wochen schon her. Krass, oder? Ja, auf jeden Fall habe ich das Gefühl, dass meine Kamera schief ist. Sekunde. Es ist nur Millimeter. Jetzt passt es. Es tut mir leid. Ja, auf jeden Fall, ich habe bei euch mal wieder eine leichte Themenwoche. Eigentlich bin ich an einem Punkt, wo wir mal zwei Themenwochen machen sollten, müssten, sollten, dürfen... Sorry. Das ist so... Ja, ich hatte heute Besuch von einer meiner liebsten Lieblingstanzen und wir haben so miteinander geredet und sie hat gerade ein Problem am Knie. Meine Mutter hat mir früher als Kind immer so ein Lied vorgesungen, das hieß, lass mein Knie Joe. Und immer wenn ich Knie sage, muss ich automatisch an Joe denken, obwohl ich nicht meinen Joe kenne. Ja, auf jeden Fall ist es jetzt so, dass bei ihr wohl ein Band gerissen ist in der Kniescheibe und es muss geflickt werden. Und danach ist sie sieben Wochen lang erstmal auf Hilfe angewiesen. Und sie findet das unerträglich. Und dabei ist mir aufgefallen, ich verstehe warum. Ich verstehe komplett warum. Und ja, darüber wollte ich so mal ein bisschen plaudern. Also, ich bin jemand, ich habe Zwarzen in meinem Leben, da brauche ich meine Mutter mehr als wahrscheinlich die meisten Kleinkinder. Die sind dann selbstständig als ich in dem Moment. Jetzt hüpft mein Hase freudig rum, das glaubt man echt nicht. Ja, auf jeden Fall brauche ich sie dann eben viel mehr und ich brauche viel mehr Unterstützung. Und teilweise kann ich aber auch nicht sagen, was ich möchte oder was ich brauche. Und ich bin ja jemand, ich habe das schon... Boah, das ist ja schon über 10 Jahre. Krass, ne? Überleg mal, über die Hälfte meines Lebens bin ich jetzt schon ein Asperger. Das ist krass, wenn man sich das mal so überlegt, einfach so im Kopf. Auf jeden Fall ist es so, dass ich dann auch schon über die Hälfte meines Lebens bin. Das ist auch krass. Auf jeden Fall ist es ja so, dadurch, dass ich so in Anführungszeichen oft diesbezüglich Problematiken habe, bin ich jemand, der sich dann auch die Hilfe annehmen kann. Aber ich bin auch furchtbar stolz. Also in diesem Punkt habe ich einen Stolz, der unnötig ist. Und dann versuche ich mir das Brot, also die Butter auf das Brot zu schmieren. Dabei schmiere ich eigentlich dann eher das Brot auf die Butter. Also das funktioniert dann überhaupt nicht. Aber ich würde dann in dem Moment auch nicht meine Mutter fragen wollen nach Hilfe, wenn ich dann immer so mega mich freue über jede Kleinigkeit, die dann wieder geht. Aber zum Beispiel habe ich oft so die Angewohnheit, ich schütte gerne Getränke ineinander. Also so Limonade, Limonade, noch mehr Limonade, Tropfen noch mehr Limonade. Und irgendwann frage ich mich, warum krummelt es die ganze Zeit im Magen. Es sind immer die drei gleichen Sorten. Also ja. Und auf jeden Fall war es dann so, dass ich meine Mutter gerne gehabt hätte, dass sie auf die Limonade, die ich hatte, eine Limonade drauf schüttet. Nicht viel, nur noch so viel, dass ich meinen Tagesbedarf aufgefüllt hätte. Das hat ihr dann auch symbolisch gezeigt. Und dann hat es meine Mutter gestört, aber dass die Flasche in ihren Augen dreckig war. In meinen Augen habe ich die Flasche erst heute Morgen aufgemacht. Und deswegen ist die ja noch gut. Die ist noch gut, ich sage es euch. Die war noch gut. Und so hat meine Mutter dann die Flasche ausgespült. Und in dem Moment hatte ich so das Gefühl, ich verdurste. Weil es für mich dann irgendwie unlogisch war, warum muss man diese Flasche ausspülen, wenn es von der Industrie kommt und überhaupt und sowieso. Aber etwas, was ich dadurch auch wieder gelernt habe, ist eben die Tatsache, wenn du auf Hilfe angewiesen bist oder auch wenn du Unterstützung brauchst. Und das hat meine Tante mir heute bewusst gemacht mal wieder. Weil das ist etwas, das man gerne vergisst. Es ist dann nicht so, dass du dann sagen kannst, wie du gerne die Hilfe hättest. Weil jeder hat ja seine Arbeitsabläufe. Und in dem Moment, wo der André etwas für dich tut, ist das eigentlich schon etwas sehr liebenswertes und auch sehr aufmerksames. Und wenn du dann auch noch dahin stehst und sagst, ich möchte gerne, dass du die Tomaten dreiviertel viertelst. Und zwar in das aber nur von rechts nach links. Dann ist der André doch genervt ohne Ende. Und dann sagt er beim nächsten Mal, wenn du Hilfe brauchst und vielleicht brauchst du dann wirklich dringender als in den Momenten. Sagt er dann, ja nö, vergiss es, ich bin nicht da. Also an alle von uns da draußen und Asperger oder auch andere Leute, die Probleme haben und einfach gerade Unterstützung und Hilfe brauchen. Mein offizieller Appell an alle, seid nett und lasst den anderen das in seiner Art machen. Und im Zweifel, wenn es euch dann besser geht, könnt ihr ja immer noch es wieder dann so machen, wie ihr es braucht. Oder zum Beispiel, wenn jemand für euch was einräumt, dann ist es erstmal wichtig, dass es einfach nur eingeräumt ist. Und wenn es dann nicht nach eurem Geschmack eingeräumt ist, könnt ihr es ja später selbst wieder umräumen. Aber lieber einen Schritt mehr selber getan, als dem anderen zu viel auf die Last gegangen. Meine Mutter nickt da jetzt so voll. Ja, sie hat es verstanden. Aber das ist so die Erkenntnis, die ich durch dieses Gespräch heute gewonnen habe. Und ich dachte, ich möchte euch einfach drei Wochen später auch noch mitteilen. Dieses Video ist übrigens auch ein Video, das ein Vorvideo ist zu einem anderen Video. Also da ich ja viele Dinge von meiner Mutter lernen muss mit dem sozialen und auch praktischen Sachen teilweise, gibt es bei uns oft Übungsstunden. Und ich dachte, beim nächsten Video werde ich euch... Hey Mensch, was, ich bin voll das Genius. Ich schnippel diesen Teil einfach dann nachher nochmal dran ans Ehren ans Nächste. Entschuldig. Das soll ich jetzt nicht so sagen. Oh, jetzt kann ich es nicht. Jetzt muss ich es nochmal anfangen, damit ich es dann nutzen kann. Entschuldigt, ich muss mir ganz kurz ein Zeichen setzen, damit ich weiß, wo ich den Schnitt habe. Okay. Das Video, das dann folgt, ist ein Video von einer meiner Übungsstunden mit meiner Mutter. Weil meine Mom und ich, wir haben oft so diese Situationen, wo ich einfach Sachen noch lernen muss. Auch wenn es nicht doof klingt, auch wenn es voll die albernen Sachen sind, wo jeder sagt, das kann man schon seit Kindheitstagen. Dann habe ich oft so die Problematik, dass wenn ich nach dem Overload versuche, etwas wieder zu tun, was ich mal konnte, es teilweise dann nicht mehr funktioniert. Und da gibt es dann eben bei meiner Mom manchmal so Übungsstunden. Und die letzte Übungsstunde war Reinigen von einer Flasche. Und da dachte ich mir, das zeige ich euch mal. Und ja, das Video, das kommt dann. So, jetzt muss ich mir nochmal ein Zeichen setzen, damit ich weiß, wo ich nochmal den Kapp setzen muss. Ja, natürlich geht es halt nicht anders. Damit nicht mein Leben. Ja, und das war alles für heute. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, wie ihr das seht. Und ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben. Oder ein E-Mail an diebell.gitro.outlook.com Und falls es noch nicht jedem aufgefallen ist, meine Hand geht wieder. Sie geht wieder. Ihr wisst gar nicht, wie ich euch auf Freude. Ja, das war alles. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Bis zum... Ja, das Video ist ja schon gedreht. Also für mich dann sogar... Nee, für euch nicht. Also bis Freitag. Bis dann, ciao.